Ja, ich kann kein Rust, wisst ihr wahrscheinlich, ne? Deswegen dachte ich mir, komm, spielst du auf einem 10-fach-Server, um Rust etwas zu lernen. Zumindest meckert der immer, dass ich kein Rust kann. Hier sollte ich ja ziemlich schnell an Waffen kommen und vielleicht wird dann auch mal mein Gameplay spannend. Es gibt, soweit ich weiß, auch keine Blueprints. Oh, ist das geil. So viel Stein. Es ist alles sofort da. Yo, Hanf ist ja auch 10-fach. Water-Treatment? Wo bin ich denn? Ah man, spawnt hier mittendrin. Will ich hier irgendwo meine Basis bauen? Ich glaube, Basisbau ist hier sowieso ein bisschen überflüssig, aber ist egal. Zweimal Handschuhe? Was soll ich denn damit? Ich hatte nicht mal eine Waffe. Komm, du bist doch immer was Feines. Gib mir eine Waffe. Brauche ich Scrap? Eigentlich nicht, ne? Yo, ein Minikopter. Wie heißt das Ding? Da ist Kampf. Tschüssi. Ist das da hinten? Spieler? Ja, ist es. Möchtest du ihn erschießen? Äh, erschießen soll ich schon erschlagen. Was ist denn hier los? Ist der disconnected? Hä? Man despawnt, wenn man... Nee, der ist weg. An sich könnte ich hier bauen, aber ich mag eigentlich diese Gegend nicht. Yo, geil! Ein TC habe ich schon, ja. Wird ja eine wunderschöne Basis. Oh, ein Stein. Hat die Workbench Level 3, hat man die ganze Zeit dabei? Geil, was ist das denn? Metallfragmente und ein Näh-Kit. Ja klar, Metallfragmente. Hau bloß ab. Ich mag nicht. 14.000 Steinen sollte eigentlich erst mal reichen. Ja, Fallschaden gibt's auch. So, ein Bettchen. Oh nein. Alter. Okay, gemacht. Die Türen gehen von alleine wieder zu? Wie geil ist das denn? Yo, das kann man auch machen. Da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Ich mache ja einfach einen super geilen Raum. Und da ist einfach nichts hinter. So, hier kann man sich auf jeden Fall nicht durchdrücken. Weil da kommt man bestimmt an meinen Ofen ran. Nee, keine Chance. Na gut. Dann passt das so mit der Basis. So, die Teilquality ist durch. Dann brauche ich jetzt nur noch diesen anderen Kram. Wie ist denn das? Was? Wenn ein Gebäude zerfällt. Warum? Achso. Jetzt brauchst du ja Metall. Klar. Also, ich brauche Federn. Was ist das? Jo, der ist gerade gespawnt. Nehmen wir. Jo, was? Das wusste ich nicht. Ich habe Federn. Mich wollen doch ja alle verarschen, oder? Fünf Sekunden. Ja, ich kann wieder von vorne anfangen mit Farben. Geile Sache. Lass mich doch durch. Ich habe keine Feder. Wollt ihr mich verarschen? Ach ja, ich wollte gerade mal in High Quality reinschmeißen. Schön dämlich. Ich brauche nur eine Feder, dann kann ich mich wehren. Aber nein, das geht nicht. Ich habe gegen ein Auto geschlagen. Echt jetzt? Da unten ist Krieg. Vielleicht ist hier eine Waffe drin. Jo, und was für eine Waffe. Das gibt es nicht, ne? Was ist das? Nichts davon ist die richtige Munition. Das macht so Spaß. Hä? Wo ist meine Basis? Ups. Hat niemand gesehen. Hoffentlich. Oh, die ist so schön versteckt hier unten. Hallo, Pablo. Wie geht's dir, Mann? Ja. Du hast was für ein Pickaxe? Ja. Kann ich es, bitte? Du hast deine eigene. Wo ist denn jetzt in der Kiste? Oh, I have one. Never mine. Sag nicht, ich kann... Hä? Ich brauche nur noch ein bisschen Munition. Hä? Was brauche ich dafür? Ah, Gunnpuder. Na klar. Mehr nicht. Gut. Denn... Du Arsch, Alter. Ich habe extra einen Ausgang nach oben gebaut. 324 Spieler online. Meine Fresse. So, da würde ich jetzt mal in irgendein Monument gehen. Okay, ne. Es gibt... Es gibt in die Richtung gar keins. Arctic Research Base. Ah, den Abfahrt. Das war doch kein Spieler. Ne, das sind alles keine Spieler. Hauptsache, die droppen was, womit ich mich heilen kann. Wie jetzt? Ah! Oder sind wir wieder beim Thema? Ach, ach. Echt jetzt, Alter? Okay. Nächst mal geht es hier weiter. Tschüss.